Und jetzt heißt es wieder Tempo, Tempo, Tempo. Die Tritte sind überhaupt kein Problem. Da ist der Kopf weniger an, weil es geht eben, wie du es gesagt hast, nur um Vollgas und keine Fehler machen. Gleich auf. Das ist die Belle-Etage des Ninja-Sports. Und ich hatte Leo ein bisschen vorne gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und schon ist er wieder dran. Ja, aber er liegt hinten. Benjamin ist vorn. Und für All-Star-Verhältnisse relativ deutlich. Kann Leon das jetzt auch mal hier an der Pipeline? Neues Hindernis aufholen. Ja, der hin muss. Der hin muss. Ja, aber die Wand, die Wand. Du weißt, wie es ist an der Wand. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Na ja, Leon, es ist überraschend, wie das hier losgeht am heutigen Abend. Aber er war den ganzen Parcours, alle Hindernisse über hinten dran. So, ihr Lieben, das Video ist noch lang nicht vorbei. Wenn ihr noch mehr Buzzer sehen wollt, dann klickt hier. Und für die ganze Folge hier klicken bei RTL Plus. Und dann klickt hier. 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 Vielen Dank.